Ja, herzlich willkommen bei der Firma Automobile Achtenbach in Buchen. Unser Unternehmen beschäftigt sich seit 1988 mit der Reparatur von der Startsetzung von Automobilen. LKWs, Klein-LKWs, Motorräder, jetzt mittlerweile auch mit der Wohnmobilvermietung, sind ziemlich gut aufgestellt in Sachen E-Mobilität. Haben da ein eigenes Stückpunkt, wo wir Fahrzeuge von Stiegmüter reparieren dürfen. Elektroinstandsetzung, Batterienstandsetzung. Elektroinstandsetzung, Batterienstandsetzung. Elektroinstandsetzung, Batterienstandsetzung. Elektroinstandsetzung, Batterienstandsetzung, Batterienstandsetzung. Wir haben ein Team von 17 Leuten mittlerweile und sind innovativ aufgestellt und freuen uns über euren Besuch.